Star Trek Prey von John Jackson Miller Folge 1 Das Herz der Hölle Es liest Raimund Krone Historische Anmerkung Die Hauptereignisse dieser Geschichte beginnen im Februar 2386, einige Jahre nach der Konfrontation der USS Enterprise-E mit dem romulanischen Prätor Shinsen, 2379, Star Trek Nemesis, und nur drei Monate nach dem Amtsantritt der andorianischen Föderationspräsidentin Kelesa Seteres, Star Trek The Fall, Königreiche des Friedens. Die USS Titan, das Flaggschiff von Admiral William Riker, wurde von der Sternenflotte aus ihrem zugewiesenen Sektor zurückbeordert, Star Trek Titan, aus der Dunkelheit. Der Prolog spielt im Februar 2286, einige Monate nachdem Admiral James T. Kirk die Selbstzerstörung des Raumschiffs Enterprise über dem Genesis-Planeten angeordnet hat, um zu verhindern, dass das Schiff in die Hände der Klingonen fällt. Star Trek III – Auf der Suche nach Mr. Spock Der zweite Akt ist im Sommer 2286 angesiedelt, einige Monate nachdem Kirk zum Käpt'n der neu in Dienst gestellten Enterprise NCC-1701A ernannt wurde. Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert Klingonisches Sprichwort Prolog 2286 Cousin, hier ist Krug. Ich verfolge ein anderes Ziel. Begib dich zum Berg Kelpek auf Jamerrill. Ich habe neue Befehle für dich. Vor einem Jahr hatte er diese Nachricht erhalten. Der Beginn des wichtigsten Auftrags, mit dem Korg je betraut worden war. Und heute würde er ihn erfüllen. Der junge Klingone konnte es in seinen Knochen spüren, während er und Korl sich dem gezackten Gebirge vor ihnen näherten. Er war Commander Krooks Befehlen gefolgt. Die Einrichtung innerhalb des Berges Kelpek war für einen Großteil des vergangenen Jahres sein Arbeitsplatz gewesen. Nun war Krook tot. Der Sternenflottenrenegat James T. Kirk hatte ihn vor einigen Wochen irgendwo im Mutara-Sektor umgebracht. Doch dank Krooks kluger Voraussicht und Korks harter Arbeit würden die großen Hoffnungen des Kommanders für das Klingonische Reich weiterleben. Dafür würde Kork sorgen. Während seiner Zeit dort hatte Kork nur selten die Einrichtung innerhalb des Berges verlassen. Für einen Klingonen hatte Jamerrill kaum etwas zu bieten. Spektakuläre Aussichten, gigantische Wasserfälle und Bäume, die hoch in den Himmel ragten, aber kein einziges Tier zum Jagen. Genau deshalb hatte Krook diesen abgelegenen Planeten ausgewählt. Es gab keinen Grund, sich näher mit Jamerrill zu beschäftigen, es sei denn, man hatte etwas zu verbergen. Vor allem vor anderen Klingonen. Korks älterer Begleiter war auf jeden Fall darauf hereingefallen. »Das hier ist reine Zeitverschwendung«, knurrte Kork. Er blickte durch die Blätter den steinigen Pfad hinauf. »Sieht aus wie ein ganz normaler Berg.« »Ja«, Kork ging voran. »Am Ende des Pfades ist ein versteckter Eingang. Kodiert auf meinen Bioscan, wie ich Ihnen bereits erklärt habe. Krook hat mir die Leitung der Einrichtung übertragen.« »Pah! Sie schmücken sich mit diesen Worten wie mit einer Scherpe.« »Selbst ein großer Krieger wie Krook macht mal Fehler.« Schweigend beschleunigte Kork seine Schritte. Korks Worte hatten ihn getroffen, doch das würde er ihm keineswegs zeigen. Ein erfahrener Veteran wie Kork würde sich wohl kaum von einem zwanzigjährigen Krieger beeindrucken lassen. »Selbst schuld«, dachte Kork. »Er würde Korks Verbündeten ein Wunder schenken. Verdiente das etwa keinen Respekt?« »Absolut.« Und doch hatte der Skeptiker darauf bestanden, mit ihm gemeinsam herunterzubiemen und sich den ganzen Weg über beschwert. Kork beklagte sich schon wieder, als Korks Kommunikator piepte. Eine tiefe Stimme sagte, »Lande, Trupp, Bericht!« Kork antwortete. »Wir sind in Sichtweite, General Potok.« Er wandte den Kopf, um den Pfad vor ihnen zu beiden Seiten sorgfältig mit Blicken abzusuchen. »Kein Feindkontakt.« »Dasselbe können wir nicht behaupten. Die Hundesöhne haben uns gefunden.« Seine dunklen Augen verengten sich. »So schnell?« Er aktivierte den Kommunikator. »Wie viele?« »Gerade sind vier Kreuze aus dem Worb gekommen. Nein, fünf.« Eine Pause entstand. »Sie müssen sich beeilen, Kork. Wir erwarten Ihr Signal. Kapla!« Kork spähte durch die Äste hinauf zum Wolkenschleier, der über ihnen den Himmel verdeckte. Im Orbit würde es zu einer Schlacht kommen. Klingonen gegen Klingonen. Nach Kroogs Tod hatte der Kampf um die Nachfolge seinen Höhepunkt erreicht. »Man hatte fünf Kreuzer hinter Potok hergeschickt?« Kork hegte nun keinerlei Zweifel mehr. Es war richtig gewesen, den General zu drängen, nach Gemerell zu fliegen. Potok brauchte dringend, was im Berg Kelpek verborgen war. Niemand im Inneren des Berges hatte auf ihren Ruf reagiert. Und so sollte es auch sein. Kroog hatte seine Ingenieure nicht dazu beordert, in einer Geheimeinrichtung zu arbeiten, nur damit sie dann auf unerwartete Besucher reagierten. Potoks Truppen konnten sich auch nicht einfach hineinbeamen, nicht durch das Zerstreuungsfeld, das die Anlage umgab. Nein, dazu brauchten sie Kork und den Zugang, den ihm der Herrscher seines Hauses vor einem Jahr gewährt hatte. »Ich befehle dir, den Phantom Wing fertigzustellen«, hatte Kroog gesagt. »Und zwar in absoluter Geheimhaltung. Triumphiere, Sohn von Thoraf, und dann komm zu mir.« Kork hatte triumphiert. Ein knappes Jahr lang hatte er die klügsten Ingenieure aus dem Haus des Kroog bei der Konstruktion des Phantom Wing überwacht. Kein einzelnes Schiff, sondern ein ganzes Dutzend Bird of Preys, fortschrittlicher als jedes andere Schiff in der Flotte der klingonischen Verteidigungsstreitmacht. Ursprünglich war die Brel-Klasse von der Klingonischen Akademie entwickelt worden, ein Bird of Prey mit Harnvorrichtung für eine 36-köpfige Besatzung. Wie es üblich war, hatte sie die Produktion an die verschiedenen klingonischen Häuser übertragen und Kroog den Prototyp übergeben. Es war eine Belohnung für seine vergangenen Siege, unter anderem über die Kinshaya, eine vierbeinige Spezies, die Kroog bis aufs Blut gedemütigt hatte. Doch die Geste zeigte auch, wie innovativ die Schiffswerften seiner Familie waren. Im Inneren variierten klingonische Schiffe von Haus zu Haus, doch die aus dem Hause des Kroog gehörten zu den Besten der Verteidigungsstreitmacht. In dem Wissen, dass er den Prototyp noch weiter verbessern konnte, hatte Kroog seine Top-Ingenieure damit beauftragt, eine Schwadron von zwölf der modernsten Kriegsschiffe zu konstruieren. Aus Angst vor Spionage und dem Diebstahl geistigen Eigentums, vor allem durch seine eigenen gierigen Verwandten, hatte Kroog befohlen, die Phantom-Wing-Schiffe im Verborgenen auf Gemerell zu bauen, einem herrenlosen Planeten, weit ab von bewohnten Welten jeglicher Art. Die Konstruktion der Schwadron zu beaufsichtigen, war eine große Ehre für jemanden, der noch so jung war, aber es ergab durchaus Sinn, Kork diese Verantwortung zu übertragen. Er selbst war kein Ingenieur, doch er war klug und entschlossen ein geborener Organisator. Natürlich gehörte Kork zur Familie. Er war ein entfernter Verwandter. Von denen hatte Kroog eine Menge, doch Kork war etwas Besonderes. Sein Vater Thoraf war ehrenvoll gestorben, als er einen Disruptorstoß abgefangen hatte, der für den Commander gedacht gewesen war. Aus Anerkennung hatte Kroog den jugendlichen Klingonen in seine Besatzung aufgenommen. Nur einen Tag, nachdem Kork seinen ersten Ritus des Aufsteigens vollzogen hatte. Daraufhin wurde Kork zu Kroogs Protégé. So sah sich der junge Mann zumindest selbst. Doch nicht jeder teilte diese Ansicht. Von Kroog persönlich ausgewählt, überlegte Kork laut, während er den Pfad hinauftrottete, und musterte Kork mit einem Seitenblick. Ich schätze, es braucht nicht viel, um einen Haufen Ingenieure herumzuscheuchen. Er hat mir vertraut. Das sagen Sie. Ich kannte den Mann schon, als sie noch in der Krippe lagen. Kork spuckte auf den Boden. Niemand wusste, was Kroog wirklich dachte. Es sei denn, er war unzufrieden mit deiner Arbeit. Dann warst du des Todes. Ich bin nicht irgendwer, erklärte Kork stolz. Ich bin sein Sohn. Er senkte die Stimme. Oder hätte es sein sollen. Ha! Und da liegt das Problem begraben, erwiderte Kork. Haben Sie das Rustei vollzogen? Wurden Sie offiziell adoptiert? Denn wenn es einen direkten Erben gäbe, würde dort oben im Orbit keine Schlacht stattfinden. Seien Sie da nicht so sicher. Die Taugenichtse aus Kroogs Familie würden die Farbe des Himmels bestreiten, wenn es ihnen zu ihrem eigenen Vorteil gereichen würde. Kork war es leid, immer wieder dieselbe Diskussion zu führen. Kroog hat seine nächsten Verwandten gehasst. Deswegen sagte er, er wolle mich adoptieren. Das hatte er vor. Aber dann sind ihm andere Dinge dazwischengekommen. Der Tod ist ihm dazwischengekommen. Kork zuckte mit den Schultern. Na, schön. Dann zeigen Sie mal Ihre geheime Schwadron. Kales weiß, dass wir Sie brauchen. Und dann nenne ich Sie Sohn, von wem auch immer Sie wollen. Kork hasste die Zwickmühle, in der er steckte. Er kannte Kroogs Absichten. Der verstorbene Commander hatte sich nicht nur um die Zukunft seines Hauses gesorgt. Mehr als alles andere fürchtete er die Gefahr für das Reich, die von der Sternenflotte ausging. Immer wieder hatte er die Adoption verschoben. Er war besessen gewesen von seinen Plänen, von denen nicht alle offiziell genehmigt gewesen waren. Und vor einigen Wochen hatte einer davon zu seinem Tod geführt. Das Ereignis hatte ihn hart getroffen. Kork, der mit seinen Führungsqualitäten seinem Alter weit voraus war, hatte sich gerade aufgemacht, um Kroog von der frühzeitigen Fertigstellung des Phantom Wing zu berichten, als ihn die Nachricht erreichte. Der hohe Rat der Klingonen versuchte noch immer herauszufinden, was genau geschehen war. Vermutlich würde man als nächstes den klingonischen Botschafter bei der Föderation Beschwerde einreichen lassen. Doch Kork würde nicht auf irgendeine Erklärung warten. Er würde seinen Mentor rächen. Und mit dem Phantom Wing hatte er dazu die perfekte Waffe. Der Bergkelpeck beherbergte jedoch nur Ingenieure. Was er brauchte, war eine ausgebildete Mannschaft. Daher hatte Kork einige von Kroogs Militärkollegen ausfindig gemacht. Wie Kork verband sie alle eine fanatische Loyalität mit dem verstorbenen Commander. Wenn alles nach Plan verlief, würde Kork als Held, der Kork getötet hat, nach Kronos zurückkehren. Und dann würde er endlich die rechtmäßige Kontrolle über das Haus des Krug übernehmen können. Doch auf jeden tapferen Krieger, der Krug treu war, kamen vier Aasfresser, die sich auf sein Erbe stürzten. So genannte Adelige, eine ganze Schar von Cousins, Onkeln und angeheirateten Verwandten, die alle nur eines im Sinn hatten. Daher habe ich mich erleben. games die Schar von Cousins, die sich auf ihn empfiehen hat, auf dem nächsten Mal. So genannte Adelige,